Für das erfolgreiche und komfortable Arbeiten im ELN ist es wichtig, dass dieses dem Nutzenden verschiedene Tools an die Hand gibt, die sich gegenseitig ergänzen. Zu diesen Tools gehören in den meisten ELNs ein Texteditor und ein Tabellentool. Auch bieten viele ELNs ein Skizzentool an. Ein wichtiger Bestandteil des Workflows in einem ELN ist außerdem das Hochladen und Arbeiten mit Dateien. Von daher ist es von großer Bedeutung, dass das ELN Ihrer Wahl dieses Hochladen so komfortabel wie möglich gestaltet und auch wissenschaftliche Spezialformate unterstützt. Die Projekte in Lab-Folder bestehen aus einem oder mehreren Einträgen. Um einen solchen Eintrag anzulegen, klicken Sie auf den Button Add. Ein Eintrag besteht wiederum aus verschiedenen Elementen. Zu diesen Elementen gehören ein Textelement, ein Sketch-Element und ein Tabellenelement. Außerdem können Elemente erstellt werden, indem Dateien hochgeladen werden können oder Dateien eingetragen bzw. verlinkt werden können. Letzteres ist manuell, aber auch über die Schnittstelle zu Lab-Register möglich. Wenn Sie ein Element erstellt haben, können Sie dieses nach Bedarf im jeweiligen Eintrag per Drag-and-Drop verschieben und vergrößern bzw. verkleinern. Der Texteditor von Lab-Folder bietet viele der essentiellen Funktionen, die auch andere Textbearbeitungssoftware wie Microsoft Word oder LibreOffice bieten. So können Sie beispielsweise die Schriftgröße, Farbe und Art bestimmen oder haben verschiedene Paragraf-Formate zur Auswahl. Das Skizzen-Element bietet Ihnen die Möglichkeit, Skizzen mit der Maus anzufertigen. Für die optimale Nutzung wäre hier eventuell ein Tablet zu empfehlen. Darüber hinaus haben Sie auch die Möglichkeit, verschiedene Formen, Linien und Textelemente einzufügen. Der Tabelleneditor funktioniert ähnlich wie Microsoft Excel und bietet die meisten Funktionen, die auch Excel bietet. Im Gegensatz zu Lab-Folder wird ein eLab FTW nicht mit einzelnen Einträgen innerhalb eines Projekts gearbeitet. Das Interface innerhalb eines Projekts in eLab ist so aufgebaut, dass man ein Feld für Text, ein Feld, in dem man Dateien hochladen kann und ein Feld für das Skizzen-Tool hat. Außerdem ist es möglich, verschiedene Schritte für das Experiment einzutragen, die dann an einer Checkbox abgehakt werden können. Der Texteditor bietet genug Funktionen, damit man das Geschriebene ansprechend aufbereiten kann. Es ist außerdem möglich, Hyperlinks in den Text einzubauen und Timestamps einzufügen. Über den Reiter Insert können zudem unter anderem erstellte Templates und Tabellen in den Text eingefügt werden. Diese Tabellenfunktion bietet leider nur sehr grundlegende Optionen. Man kann lediglich einstellen, wie viele Zeilen und Spalten und welche Hintergrundfarbe die komplette Tabelle haben soll. Gerade wenn man diese Funktionen mit einem Tool wie Excel vergleicht, fällt auf, dass eLab hier noch einiges fehlt. Laut einer Aussage aus 2017 des Entwicklers auf GitHub ist es allerdings erst einmal nicht geplant, das Tabellentool auszubauen. Der aktuelle User Guide gibt auch keine Informationen darüber, dass hier inzwischen mehr möglich ist. Das Skizzen-Tool bietet ebenfalls nur recht grundlegende Funktionen. Hier kann lediglich die Größe des Strichs sowie die Farbe eingestellt werden. Außerdem kann man bereits Gezeichnetes mit dem Radierer löschen. Da wir Ihnen mit dieser Videoreihe die vielen verschiedenen Möglichkeiten präsentieren wollen, die die beiden ELN-Tools bieten, können wir nicht immer im Detail auf jede einzelne Funktion innerhalb eines Segments eingehen. Statt die zwei Angebote zu vergleichen, wollen wir Ihnen hier aufzeigen, dass sich die angebotenen ELN-Tools in ihrem Aufbau und der Struktur deutlich unterscheiden können. Benötigen Sie dennoch eine ausführliche Funktionsübersicht, haben wir Ihnen eine von uns für diesen Zweck zusammengestellte Matrix verlinkt.